Top 3 Previews, denn wir haben natürlich die Previews-Season in gewisser Weise übersprungen. Wir haben am Anfang ein bisschen über die ersten Karten gesprochen, aber noch gar nicht so über unsere Top-Picks. Und da würd ich mal sagen, leg einfach mal los. Was ist denn deine erste Karte, die du unbedingt besprechen möchtest? Ja, eigentlich möcht ich unbedingt Talia besprechen, aber die hab ich mal mit Absicht rausgelassen. Nur als Audible-Menschen reingeschmissen, weil das ist zu offensichtlich. Das funktioniert nicht. Ich hab mich umgeguckt und ich hab eine andere weiße Karte gefunden. Und da ich ja weiß, dass die Leute manchmal gerne uns zuhören, hab ich mir direkt mal gedacht, nehm ich mal eine Doppelkarte. Doppelkarte haben immer schön längere Texte. Und zwar ist es das Wedding Announcement. Wedding Announcement ist ein ein weißes Mana, zwei farblose Enchantment, was sagt, Auf der Transform-Seite gibt es einfach nur, also wenn ihr es einmal umgedreht habt, all euren Kreaturen plus eins, plus eins. Und dann sind es eben die Wedding Festivities. Und ich muss sagen, ich hab diese Karte nicht aus Power-Level gegründet. Ich mein, es ist eine coole Karte. Aber ist euch mal aufgefallen, und auch dir aufgefallen, wie unendlich flavorful, gerade im Vergleich zu Crimson WoW, selbst zu Cull Time, selbst zu Strixhaven, wie unendlich flavorful dieses Set ist? Mhm, ja, das stimmt. Das ist wirklich ein positiver Punkt, den man sagen muss. Also Crimson WoW, dieses ganze Setting, haben sie wirklich sehr krass genailed. Also auch schon, als ich mir damals dieses Announcement-Stream angeguckt hab, hab ich auch gedacht, so diese ganzen Karten, diese ganzen Artworks sind so schön. Und natürlich, mich als Spieler interessiert natürlich mehr so die mechanischen Seiten, aber es, also eigentlich müssten wir eigentlich jedes Mal bei solchen Sets auch sagen, dass es halt so inhaltlich und was die Spielmechanik, was das Top-Down-Design halt angeht, von wegen man hat ein Konzept und versucht, es in eine Karte umzuwandeln, anstatt irgendwann eine Karte auf ein Konzept aufzumünzen. Das haben sie sehr gut hingekriegt. Ein Wedding-Announcement. Also, ich könnte mich jetzt darüber aufregen, wie viel Text drauf ist und wie komisch es formuliert ist. Aber rein von dem, was passiert, macht das schon Sinn. Und es ist einer der wenigen Karten, by the way, die weißen Card-Draw enablen für Commander. Im Sinne von, wenn die halt liegt und die mit zwei oder mehr Kreaturen angegriffen haben, hast diese Runde, ziehst du eine Karte und sonst kriegst du ja minimum ein 1-1-Token, richtig? Zwei. Otherwise, create a 1-1-Human-Creature-Token. Dann, genau. Dann, wenn er drei mehr ... Ja, okay. Genau. Oder sogar drei. Drei Tokens kannst du bekommen. Ja, insgesamt, genau. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich ein Anthem. Wobei ich fast schon sagen muss, eigentlich gefällt mir die Karte auf der Frontseite deutlich besser. Echt? Also, ich muss sagen, ich find sie auf der Rückseite einfach besser, weil der Flavor-Text ist einfach großartig. Wie sie erzählen, wie alle Vampire jahrzehntelang oder jahrhundertelang, Sentries ist Jahrhunderte, glaub ich, darauf gewartet haben, auf diese Wedding und sich jetzt voller Stolz dahinbegeben und so. Großartig. Auf der Vorderseite ist es halt so ... Ja, es ist ein cooler Effekt. Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Aber es ist eine sehr schöne Karte, eine sehr schön formulierte Karte. Und ja, ich bin mal gespannt, wo wir sie noch alles sehen werden. Ich würd mal weitermachen mit meinem ersten Pick für die Top-3-Karten aus dem Set für mich. Und das ist eine kleine Karte mit dem Namen Dominating Vampire. Eine 3-Mana, ein generisches 2-Rotes für ein 3-3-Creature-Vampire mit dem Text When dominating Vampire enters the battlefield, gain control of target creature with mana value less than or equal to the number of vampires you control until end of turn. Untap that creature, it gains haste until end of turn. Und das ist so ein typischer ... Ich würd sagen, in einem Rakdos-Vampir-Deck, so ein typischer Mirror-Breaker oder zumindest ein Breaker gegen andere Aggro-Decks in gewisser Weise. Also, Minimum, weil wenn die quasi ins Battlefield kommt, hat man Minimum ein Vampir. Das heißt, man könnte im schlechtesten Fall einen 1-Mana-Kreatur klauen und angreifen. Im besten Fall hat man natürlich Turn 1 einen Vampir gelegt, Turn 2 einen bis zwei Vampire gelegt, Turn 3 halt eben diesen gelegt und kann bis zu einem 4-Mana-Kreatur für sich für eine Runde beanspruchen. Wenn's dann noch ein Sacrifice-Outlet gäbe, wär das ja noch besser, dann könnte man so dieses hier Raub des Erstgeborenen-mäßigen nehmen. Von wegen, du klaust eine Kreatur, kannst damit angreifen und Sacrifice es am Ende des Zuges, was früher im Rakdos-Deck sehr beliebt war. Aber ich glaube halt schon, dass dieser Effekt alleine, gerade wenn der Gegner Midrange-mäßig nicht so viele Kreaturen auf dem Board hat und man kann's klauen, eben tödlich sein kann. Also, mit dieser Karte seh ich so ein Rakdos-Vampir-Deck Turn 3 ohne Probleme den Gegner auf, weiß nicht, acht, sieben, sechs Lebenspunkte vielleicht runterhauen, wenn man eben vorher schon aggressiv genug war. Und ich glaub, wenn Vampire ein Deck sein werden, in Zukunft wird, glaub ich, Dominating Vampire in dem Three-Drop-Slot in irgendeiner Art und Weise gespielt. Oder aller mindestens fürs Mirror-Match oder für andere Creature-Based-Decks in Cyplot sein. Aber wie ist deine Meinung zu dem ... Ich glaub, bin da voll bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass er auch ein super Tempo-Gewinn sein kann, wenn du in der ersten Runde ein Manner, zwei Eins-Vampire spielst, danach Stärke-Vampire spielst, dann in der dritten Runde ihn nimmst, was anderes nimmst zum zuhauen. Und das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade dieses On-Curve-Spielen etwas ja ist, was dieses Vampire-Deck oder generell Vampire-Decks sehr gut machen können. Oder können sollten. Und ich muss halt sagen, dieses On-Curve-Spielen ist irgendwie aus der Mode gekommen, hab ich das Gefühl. Und ich glaube, mit diesem Vampire-Deck kann man das noch mal ins Leben rufen. Weil wenn man On-Curve spielen kann, dann du das weh, glaube ich. Auf jeden Fall. Also, es ist so oder so, im richtigen Moment gespielt kann es wirklich eine Big-Impact-Karte sein. Und gerade so bei den Mana-Kosten, so was ich sagen würde, dass man es tatsächlich in einem Vampire-Deck competitive spielen kann. Es ist halt nicht wie, keine Ahnung, Olivia, weiß nicht, Crimson Bride, so ein Sechs-Mana-Vampir, wo man sagt, okay, das ist für Comana. Sondern hier ist es halt wirklich so ein schöner Vampir, den man viermal im Three-Drop-Slot spielen kann, meiner Meinung nach, ohne Probleme. Aber was ist denn deine nächste Karte? Meine nächste Karte ist eine Ankam. Meine nächste Karte ist eine Ankam, die mich sehr glücklich gestimmt hat. Weil, da muss ich kurz ausholen, es gibt die Karte Soulguide Lantern. Mhm. Ist mittlerweile ein Staple geworden in Legacy, in Modern, teilweise auch in Commander. Ist ein Mann hat der Fakt, was Karten aus dem Gegner im Friedhof entfernt. Diese Karte ist mittlerweile, ich glaube, vier Euro schwer. Ist krass, wie sehr die gewachsen ist. Okay, ihr habt halt null Budget-Optionen dafür. Und eine vier Euro Karte, nein. Und Wizards hat das erhört. Wizards hat jetzt die Lantern of the Lost gedrückt. Eine Karte für ein farbloses Mana, beziehungsweise ein generisches Mana, um laut zu sein, ist ein Artefakt, was, wenn sie ins Spiel kommt, eine Karte aus dem Friedhof, aus irgendeinem Friedhof exilt. Und ihr könnt das Ding für ein Mana tappen, opfern und exilen. Nicht opfern, exilen. Und ihr exilt alle Karten aus allen Friedhöfen und zieht eine Karte. Das ist meiner Meinung nach A, eine Budget-Option für die Soulguide Lantern. Und B, gibt es genug Decks, denen ihr eigener Friedhof total egal ist. Und eigentlich sind sie nur davon profitieren, dass sie auch den eigenen Friedhof wegnehmen. D.h. ihr habt dann nicht nur ein Gravitate, sondern auch das Card-Draw, wo ihr euch bei der Soulguide Lantern entscheiden müsst, welches von beiden ihr nehmt. Ja, absolut. Ich glaube, so was ist ganz cool, dass Wizards da wieder hingeht und so eine beliebte Karte in leicht abgewandelt macht. Naja, und vor allen Dingen ist es sehr interessant, weil diese Tormonskript-Varianten, würde ich sie jetzt mal nennen, so diese günstigen 1-0 Mana-Artefakte, die halt ein Graveyard exilen, und dann je nachdem mehr Effekte mit drin haben. Ich glaube, hier dieser Progen... 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 Stone oder so was? Oder so was? Oder Relic of Progenitus. Genau, so heißt das. Genau. Das ist ja auch so ein Vorreiter von diesem Stil von Karte. Und ich finde halt, hier trifft's halt genau die Kerbe, wie du gesagt hast. Das ist halt für Decks, die halt eben nicht Soulguide Lantern brauchen, weil Soulguide Lantern nur den gegnerischen Graveyard exilt. Hier ist es quasi einfach nur eine Budgetoption, wenn man selbst faires Deck spielt oder Graveyard-Interaktionen, kann man das einfach nehmen, man zieht noch eine Karte oben drauf, das heißt, sie ersetzt sich selber. Sie exilen natürlich im ETB direkt schon eine Karte vom Graveyard. Also, wenn man da einen Uro oder einen Croxa oder sonst irgendwas auf der anderen Seite hat, die es nervt, kann man das eben wegsnipen und hat dann im Nachhinein noch dieses, ja, den zweiten Graveyard-Hate sozusagen. Und tatsächlich ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass wir das aktuellen Standard noch nicht hatten, bevor wir jetzt diesen Print in Crimson Woe hatten. Zumindest meiner Meinung nach nicht, weil Graveyard-Hate war sehr locker gesehen und das könnte natürlich auch ein gutes Mittel im Standard sein, vielleicht diese ganzen Izzet-Decks ein bisschen anzugreifen. Denn das ist so ein geheimer, in Anführungszeichen, geheimer Modus bei diesen ganzen Leer-Decks, die eben, oder war es Leer? Auf jeden Fall diese eine Karte, die halt quasi alle Karten aus dem Frito Flashback gibt, solange man eben die normalen Mana-Kosten für die Flashback-Kosten zahlt. Und das kann schon echt einen langen Atem so einem Deck geben, den er vielleicht nicht mehr unbedingt braucht. Und da ist halt so eine Karte im Format zu haben, immer super, einfach nur ums Pferd zu halten, um sozusagen diese ganzen Graveyard-Strategien, die braucht man aktuell nicht, oder gegen die braucht man eben Mittel, um eben das effizient bekämpfen zu können und Lantern of the Lost. Ich bin fast schon verleitet, mir einfach so ein Playset zu kaufen, einfach nur ums zu haben, bevor das halt auch wieder vier, fünf Euro wird. Denn sowas ist einfach beliebt. Und ja, würdest du es denn in deinen Decks ersetzen durch Soulguide Lantern, oder? Also, ich habe ein Deck, und zwar in Texas, wo ich es drin ersetzen werde. Weil mein eigener Friedhof ist mir egal und ich kann eine Karte mehr ziehen. Was will ich mehr? Aber die meisten anderen Decks, die ich habe, sind leider Gottes auf ihren Friedhof angewiesen. Ja, okay. Ja, gerade in Legacy ist es natürlich so ein Ding, da will man seinen eigenen Friedhof auch als Ressource quasi nutzen. Aber trotzdem, ein sehr schöner Pick bin ich absolut bei dir. Wird einer dieser Karten, wo man sich dann in zwei Jahren umguckt, hä, die ist sechs Euro? Wie kann das denn sein? Eine andere Karte, die ich jetzt nicht so hoch ansetzen würde, aber trotzdem vielleicht ein wichtiger, wie soll man sagen, Klebstoff für gewisse Decks sein sollte, ist Felsdinger. Eine ebenfalls ankommen, drei Mana, drei, zwei Uncommon, Creature, Zombie, Scorpion, mit zwei generischen und einem schwarzen. Und das hat folgende Effekte, und zwar zum einen Death Touch, also Todesberührung, wenn Comet-Schaden diese Kreatur an eine andere Kreatur macht, stirbt die andere Kreatur mit. Exploit, was eine wiederkehrende Mechanik ist in diesem Set, die quasi sagt, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, kann man eine andere Kreatur sacrificen, Sternchen, man kann sie selbst auch sacrificen, wenn man will. Und dann noch den Text, wenn Felsdinger exploits a creature, Target-Player draws two cards and loses two life. Also quasi ein Sign-in-Blood auf einer Kreatur für ein Mana mehr, und die Kreatur an sich ist eine 3-2 mit Death Touch. Vorausgesetzt, man kann natürlich eine andere Kreatur sacrificen. Und ich hab's schon mal gesagt, ich glaube immer noch so ein bisschen an das Zombie-Deck. Momentan so die erste Woche, Crimson Vow sagt mir eher was Gegenteiliges. Aber so ein bisschen glaube ich noch, dass es ein Sacrifice-mäßiges Deck vielleicht noch geben könnte. Und wenn, dann ist halt dieses Sacrifice a creature, draw two cards, lose two life, ist halt essentiell. Es ist so wichtig, in einem aggressiven oder auch in einem midrangingen Deck Karten zu ziehen. Und dieser 3-Drop macht halt einfach so viel in so einem Deck. Es gibt dir halt eine Möglichkeit, eine Kreatur zu sacrificen, dann eben noch Card-Draw zu haben. Und wenn du grad gar nicht sacrificen kannst und auch die Kreatur als Blocker brauchst, ist es immer eine 3-Mana-3-2 mit Death-Touch. Das heißt, auch minimum spielbar. Und kann halt eben eine größere Kreatur eben mit in den Tod reißen. Ich finde, keine überwältigende Karte, aber eine dieser typischen Karten, wo man denkt, okay, das wird mich nicht überraschen, wenn sie in einem passenden Deck viermal gespielt wird, oder? Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es eine kleine Karte ist, die einen Effekt hat, den man schnell übersieht. Die aber sehr, sehr mächtig ist und eben auch sehr, sehr viel Potenzial hat. Ich bin gespannt, ob es noch irgendwie rauskommt, das Potenzial oder nicht. Mal gucken. Ja. Aber was ist denn deine letzte Karte für heute? Ich hab so viele Karten. Ich hab einfach viel zu viele Karten. Ich möchte anpreisen, wie toll Chandra Dressed to Kill ist. Oh ja. Ich möchte blau-weiße Legendary Spirits anpreisen. Ich möchte alles anpreisen. Kann ich aber nicht. Kann ich aber nicht. Ich hab ja nur noch einen Pick. und den hab ich dem Vampir geopfert, in Anführungsstrichen geopfert, den ich in dem Set tatsächlich am coolsten finde. Hm. Und zwar Edgar Charmed Groom. Der viermal einer vier vier legendäre Vampir-Nobel, der sagt, alle anderen Vampire kriegen bloß eins plus eins. Und wenn er stirbt, kommt er transformiert wieder aufs Spielfeld. Mhm. Zu Beginn des Versorgungssegments kriegt man einen 1-1 schwarz-weißen Vampir, also wenn er sich umgedreht hat, mit Lifelink. Und wir legen eine Blutlinien-Marke auf dieses Artefakt. Und dieses Artefakt heißt Edgar Markins Sarg in Deutsch. Also Coffin in Englisch. Und wenn da drei oder mehr Blutlinien-Counter drauf sind, transformiert sich das Ding wieder zurück in Edgar Mark... äh, nicht Edgar Markov, sondern Edgar Charmed Groom. Ja. Mega. Erstens, ihr habt einen Commander, der nicht stirbt. Zweitens, ihr habt schwarz-weiß Vampires. Ja, cool, der braucht schon rot. Mhm. Drittens, er gibt so viel cool, das Artwork, der Flavor, die ganze Karte. Ich liebe diese Karte. Und ich hoffe, 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 dass irgendjemand das da draußen irgendwie ans Laufen kriegt, da ein cooles Deck draus zu machen. Weil ich find die Karte auch echt nicht verkehrt. Klar, du musst drei Runden warten, bis der wiederkommt. Aber das ist ein Vier-Manner-Vier-Vierer, der nicht zerstört werden kann, weil er immer und immer und immer wiederkommt. Und wenn er dann wiederkommt, und ihr habt mit den kleinen Eins-Einsern nicht eingegriffen, habt ihr dann auf einmal zwei, zwei Live-Link herumliegen. Ja. What? Das ist so stark. Auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, ich mein, diese Karte hat negative Seiten und es wurde auch hart diskutiert, diese Karte, neben noch einer anderen Karte, die wir vielleicht gleich mal name droppen. Aber ich würd dir auf jeden Fall zustimmen. Also, zum einen Flavor-mäßig ist es natürlich on top. Es ist so ein typisches Dracula-Ding, was uns auch zu dem Showcase-Frame nachher noch bringt. Weil das hat natürlich auch eine Dracula-themed-Karte bekommen. Und ja, das ist super cool, dass quasi, wenn Dracula oder in diesem Fall Edgar eben getötet wurde, dass es sich im Sarg zurückzieht, dort noch einen weiteren Effekt hat und nach einer gewissen Zeit wiederkommt. Das ist einfach ... Das kennt man aus Castlevania, das kennt man aus den Dracula-Filmen und so weiter. Das ist halt einfach ein cooler Effekt, der eben spielerisch noch ein bisschen Schutz gibt. Und ich mein, die Rückseite ist auch nicht zu vernachlässigen. Ich mein, das ist quasi ein ... Wie heißt das nochmal? Das ist zweimal eine Enchantment, was dir immer einen Fairy gibt. Bitterblossom. Bitterblossom. Das ist quasi ein Bitterblossom, was dir immer weiter Kreaturen gibt für die Zeit, wo man's eben hat. Ähm, und eben eine Kreatur stirbt, du kriegst einen Bitterblossom und danach kriegst du die Kreatur wieder. Ist eine feine Karte, meiner Meinung nach. Es ist eine gute Karte. Der Grund, warum das Internet natürlich sich ein bisschen drüber aufgeregt hat, ist, es ist eine Edgar-Karte, die nicht dreifarbig ist. Es ist eine Edgar-Markov-Karte, die weit unter dem bleibt, was Edgar Markov damals im Commander Precon hinterlässt, mit seiner Eminenzfähigkeit. Was immer noch der Go-To-Beste, in Anführungszeichen, dreifarbiger Vampir-Commander ist. Wenn man sich ihn leisten kann. Wenn man sich ihn leisten kann. Und ich will auch nicht lügen, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hab gedacht, Edgar, wenn der auftaucht, das wird minimum dreifarbig. Aber keine Ahnung. Es gibt halt viele Gründe, die in so einem Set reinspielen. Zum einen halt der Zusammenspiel der Farben. Das ist jetzt prinzipiell kein dreifarbiges Set. Deswegen wär's jetzt komisch gewesen, so eine dritte Farbe mit drin zu haben. Und ja, also ich kann's irgendwie verstehen, dass die Leute ein bisschen enttäuscht sind. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist eine coole Karte, es ist ein cooles Design, es ist eine kreative Herangehensweise, die halt eben nicht super broken ist. Und dementsprechend find ich das absolut, absolut in Ordnung. Aber ja, würdest du dir denn um Edgar Charmed Groom ein Commander Deck bauen? Leider nicht, weil ich kein Commander Deck baue. Und wenn, dann würd ich den Edgar Markov nehmen. Aber ich find ihn wirklich, wirklich cool. Und man muss dabei ja auch sagen, dieses Theme, das du angesprochen hast, ist ja auch ein Theme, das mir erst sehr, sehr, sehr spät in den Spoilern bewusst geworden ist. Und zwar gibt es eine ganze Menge zweifarbige, legendäre Kreaturen. Und es ist tatsächlich so, dass die Farbkombinationen eine legendäre Kreaturen für jeden bekommen. Und ich hab Olivia mal ausgenommen, haben wir Rot-Weiß, Schwarz-Weiß, wir haben Blau-Rot, Blau-Grün, Grün-Weiß, Rot-Grün, Blau-Schwarz, Grün-Schwarz, Rot-Schwarz eben, Blau-Weiß. Also wir haben alles dabei. Und das find ich halt ganz cool, dass da halt wirklich super viele legendäre Themes drin sind, die dann mit ihren Karten mit dabei gekommen sind. Weil, wenn ich's so ein bisschen sehe, so als schwarz-weißes Vampir-Deck, dann kommen mir natürlich die X-Alan-Conquestador-Vampire wieder in den Sinn. Und auch da gab's auch schwarz-weißen. Es ist cool. Ich find's cool, dass die hier gesagt haben, okay, wir machen's nur zweifarbig. Das find ich persönlich sogar vorteilhaft. Weil wir haben schon dreifarbige Commander in schwarz-weiß für Vampire. Gut, wir haben auch zweifarbige dafür. Aber egal, ich find die Karte cool, wie so ihr seht, und ich find auch die Zweifarbigkeit absolut nicht schlimm. Ich mag's mir so zweifarbige Commander-Decks lieber. Ja, das ist wirklich. Also ein bisschen vielleicht, also eine Möglichkeit, die Magic-Spielern, glaub ich, nicht immer offen ist, gerade was Commander-Decks an ist, ist natürlich, dass Limitationen auch ein bisschen Kreativität befördern. Also bei einem schwarz-weißen Commander-Deck ist es mehr eine Frage, was du reinpackst, als bei einem dreifarbigen, wo quasi das sind die Haupt-Vampirfarben. Und da packst du quasi alle Vampire rein, die dir einfallen. Und zack, fertig ist dein Commander-Deck. So ein weiß-schwarzes Vampir-Deck, das bedarf halt einer etwas anderer Herangehensweise. Aber einmal kurz nur zur Erwähnung der Vollständigkeit halber, die andere Karte, über die im Internet sehr viel diskutiert wurde, ist Odric. Denn er kommt auch wieder in diesem Crimson Vow Set, und zwar Odric, the Blood Cursed. Drei Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes, also in Boros-Farben, legendary creature, Vampire Soldier mit 3-3. Und der hat den Effekt, when Odric, the Blood Cursed, enters the battlefield, create x Blood Tokens, where x is the number of abilities, from among flying, first strike, double strike, death touch, haste, hex-proof, indestructible, lifelink, menace, reach, trample and vigilance found among creatures you control. Und das ist so eine typische Odric-Fähigkeit, diese Keyword-Soup, also im Sinne von sehr viele verschiedene Keywords, die irgendwie auf deinen Karten stehen. Je mehr macht eine Odric-Karte im Zweifelsfall. Und jetzt haben wir unseren Odric bekommen in der Vampir-Form. Es wurde schon vorher groß angekündigt, es wird einen Human-Character geben, der jetzt zum Vampir gefallen ist. Und jetzt, wenn man sich die Karte anguckt, im absolut schlimmsten Zustand ist es eine 3-Mana-3-3, weil die absolut gar nichts macht, weil nicht mal sie selbst kommt mit irgendwelchen Fähigkeiten. Und sie braucht andere Kreaturen, damit sie überhaupt irgendwas macht. Und dann sind's in Anführungszeichen nur Blood Tokens. Und darüber hinaus nichts. Ich weiß nicht, wie findest du den blutverfluchten Odric? Bad. Sie hätten ihm irgendeine Art von Keyword geben können. Irgendeine. Es hätte ja noch nicht mal eine Wante sein. Sie hätten ihm Wachsamkeit geben können. Ja, oder First Strike, also irgendwas. Ja, First Strike klingt ja schon wieder ziemlich stark. Aber ... Oder Reach oder so, keine Ahnung. Ja, kriegt er auf einmal Flügel. Irgendeine irrelevante Fähigkeit halt. Weil so macht er halt einfach nichts. Ansonsten würde er zumindest noch immer mit mindestens einem Token kommen. Dann wär der immer noch 3-Mana-3-3, kriegst ein Token, cool. Aber so ist es halt echt keine gute Karte. Absolut. Vor allen Dingen halt so dieses ... Er passt auch nirgendwo rein, selbst in Commander. Weil, ich sag mal, selbst Hardcore-Odric-Fans, die schon ihr Odric-Commander-Deck haben, die können ihn nicht spielen, weil er halt eben noch in Rot gesplasht ist. Das heißt, der ist nicht mehr Mono-White. Wenn man in Boros reingeht, weiß ich nicht, ob's da nicht sogar vielleicht bessere Commander gibt, wo dann irgendwie beide Odrics oder alle drei Odrics rein können. Es ist ein bisschen ... Man kann doch einfach Rot weglassen und einfach cool Odrics spielen. Das wär natürlich die beste Möglichkeit. Aber ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hab jetzt keine große Verbindung mit Odric, aber ich hab ein bisschen was mehr erwartet, als der macht einfach nur Blood-Tokens. Weil, keine Ahnung. Auch er ist die einzige Karte in dem Set, die so eine Keyword-Soup-Ability quasi haben. Also, man kann doch nicht mal im Standard irgendwie was mitmachen wirklich. Und das ist einfach ein bisschen vertan, vertan. Aber nun gut, reden wir weiter über gute Karten. Und zwar meine letzte Karte, die ich vorbereitet hab. Und zwar hab ich eben schon drüber gesprochen, dass wir, ja, Celestia-Humans-Karten bekommen haben. Und ein Pick natürlich neben Talia ist da der Hamlet-Vanguard. Eine 3-Mana-1-1. Ein zweigenerisches und ein grünes für eine Creature-Human-Warrior mit Abwehr-2 oder Ward. Das heißt, eine Spell oder Ability, die diese Karte quasi targetet. Müssen zwei mehr zahlen, sonst wird sie gecountert. Und darüber hinaus noch den Text Hamlet-Vanguard enters the battlefield with 2-1-1-Counters on it for each other non-token human you control. Und das ist natürlich auch wieder ... Wir waren eben schon bei On-Curve-Spielen. Das in einem Humans-Deck, wo man Turn 1, einen Human Thraben-Inspector oder so was in Pioneer gespielt hat, Turn 2 Talia, Turn 3 Hamlet. Und er ist einfach eine 3-Mana. 4-4 eben mit Ward. Das kann halt schon echt einen Unterschied machen. Plus, er synergiert halt natürlich mit der Plus-1-Plus-1-Fähigkeit sehr gut mit Talias Lieutenant und andere Human-Interaktionen. Und ich sehe das halt schon sehr stark in eben so einem Human-Tribal-Plus-1-Plus-1-Theme, vielleicht im Standard, wo es mehr dieser Art gibt. Und es ist einfach eine sehr, sehr solide Kreatur, oder? Absolut. Also, ich finde sie auch sehr, sehr stark. Ich muss sagen, ich finde sie sogar ziemlich gut, wenn du Richtung Pioneer gehst. Gerade wenn du halt auch Grün-Weiß zum Beispiel mit beisetzt oder so. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr starke Karte sein, wenn sie dann einmal anfängt zu laufen. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist eine Karte, da bin ich am Anfang schon drüber gestolpert. Und es ist so ein bisschen wieder natürlich eine grüne Karte, die sehr stark ist. Aber, ja, ich bin mal gespannt, wo sie überall Play sieht. Ich hab schon gesehen, im Standard gibt's auch eine Celestia-Plus-1-Plus-1-Geschichte, die da momentan ausgetestet wird. Aber wie gesagt, wir sind halt buchstäblich in der ersten Woche von dem neuen Set. Also, da kann sich noch einiges tun. Die ersten Leute fangen auch an schon mit unter anderem Dorothea, Vengeful Victim, irgendwelche Spirit-Decks, beziehungsweise Enchantment-Decks zu bauen. Und das Ganze kann sich noch in ein paar Richtungen weiterentwickeln, auf jeden Fall. Aber ja, soweit unsere Previews. Hast du jetzt noch quasi Previews, über die du quasi noch ... Die du zumindest kurz Name-Droppen willst oder irgendwas Vergleichbares? Äh, ich muss dabei sagen, wie gesagt, Chandra Dress to Kill ist auf jeden Fall so was, wie du gerade genannt hast, das Vengeful, der Spirit, der Blau-Weiße, der ist auch Wahnsinn. Es sind so viele coole Karten drin. Ich weiß nicht, hast du was zum Name-Droppen? Bei mir ist halt zu viel, glaub ich, einfach. Ja, ich würd vielleicht noch Hullbreaker Horror erwähnen. Eine 7-Mana, 7-8-Kraken-Horror mit Flash, die nicht gecountert werden kann. Und immer, wenn man einen Spell castet, kann man einen Spell bouncen oder einen Non-Land-Permanent dem Gegner zurückbouncen. Und da hab ich online gehört, dass sehr viele, auch sehr erfahrene und gute Spieler gesagt haben, das Ding könnte neben Epiphany oder in Ergänzung zu Epiphany eben ein Control-Finisher werden. Also, sollte Epiphany gebannt werden, kann man auf Hullbreaker Horror quasi zurückgehen, weil dann ist quasi so, wenn der einmal liegt, Flash am Ende des Zuges des Gegners, danach sich immer Mana offen halten für einen Consider, für einen Opt oder irgendwas Vergleichbares. Und einfach jeden Spell vom Stack zurück auf die Hand geben lassen. Das ist quasi besser als ein Counterspell. Auf jeden Fall. Aber ja, ich würd sagen, damit erst mal genug für Crimson Vow. Wir halten auf jeden Fall die Augen natürlich weiterhin offen nach neuen verrückten Brews oder neuen Kassenschlagern auf dem sekundären Markt. Schauen wir mal, was da alles noch kommt. Shoutout! Untertitelung des ZDF, 2020